Hallo zusammen, willkommen zurück zu For Honor Wikinger Diplomatie, es geht weiter mit der Wikinger Story Natürlich auch realistisch, Bonus will jeder Das habe ich eigentlich bei den Wikinger nicht so oft benutzt Ich glaube viel geiler wäre What? Das, 10% mehr Schaden Oh mein Gott Sieves work Oh, das ist einfach barbarisch Ich habe gesehen, dass du einen Schaden nehmen Es ist anders Okay 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 We'll just wait for your signal then Weh doch noch lauter Turm oder? Ja, Turm Ist näher dran Do you It's the enemy Stand and fight The enemy's looking for a fight Die The enemy approaches You die Warborn prisoners Warborn prisoners I would free them Was? Das ist ein Torre Reduction Was? Ich bin so tot Oh mein Gott Ich habe es überlebt Deswegen habe ich passive Heilung drin Deswegen Aus dem Grund hier Sonst hätte ich jetzt keine Chance Mich hoch zu heilen So Bin ich auch so cool Sliden Oh geil Hey Leute Oh seht ihr auf der Brücke Okay Verpiss ich Oh Gott Ab Siv Raider We had a history I know it's you I guess that was the signal Oh Ich wollte hier gerade schon auslassen Let's charge Now The real fight had begun I know it's you Sie werden dich verraten! Wir haben sie jetzt! Wir sind gewinnen! Keep driving sie zurück! Raider! Ja! Raider! Selbst sie Leute von ihr haben Angst ey! Raider! Oh Gott! Das kann ja was werden! Was machst du zwischen den Warbornen? Du hast zu viel gesprochen! Boah! Hat er nicht gesagt! Ah! Oh Adi tötet mich! Aua! Mist! Ja ich muss den Schlepp machen! Bis gleich! So da bin ich wieder! Oh Gott! Sim hat Numbers! Aber die Warborn hat mich! Das ist ein Schlepp! Das sind die Schlepp, die Blüten! Das sind die Schlepp! Das ist so, Mann! Wir sind wieder einbekommen. Es war Zeit, um den Rest des Wurzeln zu retten. Stigander. Was hat dir so lange gedreht? Was hat dir so lange gedreht? Ich habe die Vikings gesehen. Meine Dank, Wurzeln. Keine Wurzeln, Jarl. Oh, ich mag dich! Jetzt, es war Zeit, um unsere Kindheit zurückzukehren. Ja. Ah, geil. Oh, man kriegt hier... es lohnt sich so zu spielen, man kriegt diese Kisten hier. Schon cool. Jetzt habe ich neun Stück davon. Die müsste... Oh. Ja, und da geht es auch in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen und ich bin raus. Ciao. Ja. Ja. Ja.